Von daher werde ich mal fast sagen, er hat gewonnen, aber ich weiß es nicht. Oh, Geschenke? Äh, was ist das? Geschenke? Leben hole ich mir immer gerne, wenn sie so einfach zu holen sind, da hole ich die. Achso, so haben sie sich das gedacht. Na gut. Moment, da geht's gar nicht lang. Ja, was wollen die von mir? Machen sie dann Pfeilen und dabei geht da keine Plattform lang. Okay. Was wichtig ist, hier alles einzusammeln, sonst hochkommt man eh nicht mehr. Das Spiel ist nicht dafür gedacht, dass man alles einsammelt. Oh, ich dachte schon, hä, was macht der? Hallo? Wie geht's dir, Freund? Du stehst mal ein bisschen im Weg und da hopst. Irgendwo, seid ihr gestört? Komm! Okay, hat geklappt. Hier ist zum Ausweichen, schätze ich mal. Ja, genau. Ich sammle sie noch. Da kann man nicht hoch, von hier aus zumindest nicht. Die Level wären schon ein bisschen arschig, ne? Da kann mir keiner was erzählen. Wow! Jetzt geht's vor allem ziemlich weit hoch. Aber ich traue mich hier jetzt doch, kann ich... ...abkürzen? Jawohl. Ich gucke mich nochmal um, man weiß ja nie. Jetzt kann ich. Jetzt wo gerade der Verkehr weg ist... Hier, okay. Das habe ich ja noch. Wow! Huh! Er kam gar nicht zu mir. Aber es war schon wieder irgendwo... ...komisch. Okay. Da war noch ein Rabe, aber ich habe den Checkpoint. Und die ganzen Geschenke auch noch. Der Rabe ist fies. Aber nicht unmöglich. Jetzt werden sie langsam echt kriminell. Oh! Oh! Wow! Ich kriege da Panik. Das Leben hole ich mir. Ich hole mir jetzt alle Leben. Aber die sind schon ein bisschen... Oh! Genau, macht es auch noch schwieriger, hallo. Ich sehe da gerade die fiesen Attacken der Entwickler. Möchten, dass ich hier draufgehe, he? Das ist alles machbar. Sag mir jetzt nicht, dass ich an diese Geschenke nicht mehr dran kann. Doch, kann ich noch. Das kann ich noch. Ich kann ja wieder zurück. Okay, daran haben sie gedacht. Jetzt muss ich da hoch. Ich muss nochmal hoch, verdammt. Ob das noch in der Zeit alles klappt. Mein Buster, ich mach das jetzt hier, alles so einsammeln und so. Weil ich ja eh in dem einen Level nicht mehr alles gefunden habe. Kann ich dann hier wenigstens nochmal versuchen, alles zu bekommen. Wow. Klick, klick, klick heißt das da. Okay, was hat der denn für eine Flugroute? Sag mal. Das sah knapp aus. Wunder, dass ich überlebt habe. Das auch, das auch. Mal ganz im Ernst. Was denken die sich dabei, sowas zu erstellen? Wir sind dann hier nicht bei Kaiser Mario, auch wenn er rot ist. Genau. Genau. Okay, es geht. Ja, wie viele Geschenke ich gerade mal habe. Was ist das für ein Fall? Der sexualen Richtung. Haben sie sich vertan? Wow. Bitte, Checkpoint. Bitte. Irgendwo ganz in der Nähe. Okay. Ist sogar in der Nähe. Also relativ gesehen, ne? Ohohohoho. Boah. Man muss zur Wut erhalten, dass das ja immerhin schon das siebte Level ist. Und ich mich gar nicht mal so schlecht schlage dafür, dass es blind ist. Und ich die Steuerung noch nicht so wirklich beherrsche. Gut. Eigentlich schon. Okay, ich beherrsche sie nicht. Ich beherrsche sie gar nicht. Dieses mit dem Sprung, das klappt noch nicht so. Damit mir Training geht, das sicherlich auch noch. Da kann man nur links, ne? Ich denke mir da jedes Mal, was machen die denn da. Jedes Mal gehe ich außen rum. Ach so, bis dahin habe ich es ja eh schon geschafft gehabt. Okay. Fahr mal ohne Milchplattform. Habe ich nichts dagegen. Und dann nehme ich mit. Taxi. Taxi. Auch wenn es eigentlich ja der Santa Claus. Tschüss. Der Trick daran ist, einfach auf derselben Plattform zu bleiben. Ich hoffe, ich kann das noch schaffen. Mit einem Leben ist es ehrlich gesagt ziemlich banal. Und es ist tot. Noch nicht. Ach, der fliegt im Zickzackkreis. Ja gut, sagt mir das. Oh, ich lebe noch. Hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr für möglich gehalten. Ah, nein. Ich gebe es ja schon ein. Man. Madman. Ich will gar nicht wissen, wie lange das Video wird. Stimmt. Alles neu einsammeln. Alles neu einsammeln. Zumindest das Leben. Das ist nur zur Abkürzung gedacht, oder? Ich bin voll am schwangen, ob ich alles neu einsammeln soll oder nicht. Ich denke mal, es wäre ganz nett. Andererseits ist das echt crazy hier. Ich sammle nochmal alles ein. Heute bin ich, ich bin ja jetzt schneller als eben. Kenne ich ja die Gegend. Jetzt weiß ich um die Gefahren. Okay, der dreht jetzt um. Stimmt, den gab es auch noch. Einfach außen rum. Wenn man hier eins verpasst, hat man eh schon nicht mehr alle. Kann man eh nicht mehr alle bekommen. Okay, das schenken sie praktisch einem ein Leben. Und auch. Wo bleibt der denn da eigentlich hängen? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Egal, schnell weg, bevor die Raben kommen. Ah, okay, hier bin ich. Jo, genau, mit einem C stehen noch auf dem Teil drauf. No comment, das war ein Freiflug. Skyfall. Genau. Habt das bald. Ernsthaft. Wow, nein, nein, die Plattformer. Der Happy New Year. Die Musik soll, du fröhliche Stimmung. Soll, ja, ne, ihr wisst, was ich sagen will. Komm her. Wow, 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 wow. Genau, wie kann man da eigentlich daneben springen, sagt mal. Mal ernsthaft. Ich hatte sechs Leben, wenn ich das recht beachte. Okay. Die Raben, die sind so schreckhaft. Und tschüss, Mann. Okay. Geschenke sind gestrichen. Kinder, ihr werdet leider nicht beschenkt, dieses Weihnachtsfest. Allerdings, äh, habe ich einen guten Grund dafür. Und zwar, dass es nicht zum Waze gehört. Dass Geschenke sammeln ab Level 6. Und, dass ich hier geradewegs schon zum zweiten Mal Game Over gegangen bin. Ne, lasst mich in Ruhe. Jetzt geht's nur noch ums Überleben, ums Nackte Überleben. Jetzt wird ihr durchgewascht. Jetzt werdet ihr den Speedrun erleben. Ja, die Geschenke nehme ich noch mit. Aber jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's ab. Und die Raben, boah, das war haarscharf. Er hat nur in meine Mütze gerammt. Nein, wie kann man denn? Wow, 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 wow. Rhabarber, Rhabarber. Jo, Weihnachtsthemen. Still nach heilige Nacht. Komm, Leben noch mitgenommen. Und hier Checkpoint. Und abkürzen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ich möchte das Level nur noch beenden. Ehrlich gesagt, das ist mir jetzt zu schreckhaft. Wow. Boah, das war ein Minijump. Da habe ich eigentlich den Schweif und schon wieder irgendwie... Ah. Okay, tschüss, Mann. Tschüss. Ich habe zumindest gewunken. Hast du es gesehen? Nein, weil du gerade runtergefallen bist. Okay. Wie ich das hasse. Wenn ich Doppelklick mache, dann springt der nur einmal. Zumindest so ein... ...einhalbmal. Genau wie gerade. Ich muss das wirklich so nacheinander machen. So, jetzt kommt es wieder. Diese Krähen. Listig. Auf der Plattform bin ich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, auf derselben Plattform muss ich draufbleiben. Und dann weiter. Ich hasse Schneemann des Grauens. So. Wie wichtig. My Christmas ist das Motto. Und ich kann es nicht mehr hören. Weiterspielen. Jo, das ist jetzt nur noch Quälerei. Und ich habe ja gehört, es soll zehn Level geben. Da, Prost, Mahlzeit. Schneemannahoy. Ich will von dir nichts. Es wird jetzt einfach durchgerusht. Egal was kommt. Egal was kommt. Selbst wenn es der Schneemann Mr. Otto ist. Verdammt. My goodness, hey. Jetzt kommt gleich wieder die Stelle. Meine Hassstelle in diesem Level. Ein Leben. Wow. Das war sie. Tschüss, maaa. Und stuffed. Ja, wie kann man denn da sterben? Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Weiß man nicht, will man nicht. Wow. Das ist einfach so, naja. Die Steuerung, naja. Ich werde jetzt den Mega-Dump machen. Das hat geklappt. Und schon bin ich wieder hier. Hi, Leute. Ich bin zurück. Ich bin back in the house. Okay, hier kann man ja jetzt durch wie sonst was. Wo bin ich nochmal gestorben? Ach ja, gleich bei der Plattform. Der übelsten Plattform. Hier der. Nimm mich mit. Das war eher, das war mehr knapp als sonst was. Wow. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Checkpoint. So. Geschenke einsammern vielleicht. Was haben die Kinder davon, wenn der Weihnachtsmann gestorben ist, auch bei dem Auftrag, alle Geschenke einzusammeln? Ah, aber ich will sie ja noch haben. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt für eine Melodie kommt. Ah, okay. Stirnacht wieder. Das erinnert mich gerade ein bisschen an so eine Galaxy, Mario Galaxy Konstellation. Und ich darf noch nicht mal den Pflasterstein von dem scheiß Ofen dran. Weil scheinbar denken sie sich den Entwickler, ja, physikmäßig müsste der Pflasterstein ja so heiß sein, dass sich der arme Santa Claus durch den Pelz verbrennt. Genau. Also weg davon. Ehrlich gesagt, rutsche ich gerade, aber gut. Warum sammle ich hier eigentlich, ne? Warum? Nein! Nein! Bist du des Wahnsinns? Da kann ich nichts mehr zu sagen. Das ist ja immer noch das Level 7. Nimm den Abkürzungen. Jetzt gibt es hier echt keine Geschenke mehr. Jetzt bin ich beleidigt. Von den Geschenken werden hier nichts mehr. Wir haben auch nicht umsonst Sachen. Nein! Du nicht! Boah! Das hat man irgendwie überlebt. Man weiß nicht wie, aber irgendwie hat es geklappt. Und der Gnome, der kann sich verziehen. Hier ist nichts im Sonderverleih. So. Und warum springt der so komisch meine Fresse? Wo bin ich denn hier? Bin ich am Anfang? So, jetzt stürzt es ab. Also basta, wenn du das geschafft hast, alles. Dann, boah. Hammerhaft. War hier nicht irgendwo ein Schneemann da, ist er. Der Rabe. Schön ausgewichen. Ja, ich stürte das ein bisschen, dass ich im vierten Level, glaube ich, war es. Nicht alle Geheimnisse, also Geschenke gefunden habe. Dass ich nicht mehr zurück konnte. Was soll ich denn noch machen, wenn ich, ja, ich sterbe ja hier, wenn ich nicht zurück kann. Er stürzt einfach so ab. Mann, das gab ich so gern. Eigentlich nicht.